einen wunderschönen guten Abend mein Lieben, mein Name ist Ji aus dem Crypto Café. Heute eine Folge für euch, aber auch in erster Linie für mich selbst. Nämlich, dass ich in Zukunft, wenn ich mal wieder vor Entscheidung stehe, darauf zurückschauen kann und sage, hey guck mal, damals hast du das gemacht und dann bist du ziemlich auf die Fresse gefallen und da solltest du daraus gelernt haben. Und ja, es geht nämlich um die Reihenfälle und auch Verluste der letzten zwei Jahren in der Crypto- und DeFi-Welt und legen wir los. Also, das Erste, ja, und das war ziemlich weit am Anfang 2021. Das war lustigerweise, was heißt lustigerweise, damals noch nicht so mit dem richtigen Verständnis für Blockchain, aber letztendlich ist da nicht wirklich das große Risiko dahinter. Und zwar wollte ich damals Bitcoin, die ich auch Binance gekauft habe, auf der zentralisierten Exchange, auf mein Wallet auf Ethereum Ökosystem schicken. Also habe ich da an der Stelle Bitcoin auf Binance als Withdrawal geklickt, meine Ethereum-Adresse eingegeben und da angekommen und dann habe ich plötzlich entdeckt, naja gut, damit kann man gar nichts machen auf Ethereum, denn, ja, dieser Coin, der ist praktisch an der Stelle kein einziger Pool dafür vorhanden. Ja, und das hat einfach damit zu tun, dass Binance an der Stelle kein Wrap-Bitcoin auf Ethereum schickt, sondern ihren eigenen Binance-Bitcoin in der Hinsicht und damit kann man halt nirgendwo etwas machen zu dem Zeitpunkt. Zum Glück, ja, habe ich da dann durch Lesen und auch durch, ne, dazu etwas gelernt, ja, dass man praktisch einfach nur die Adresse nehmen könnte, ja, wo, weil, ne, mein Binance fertig ist, geben sie dir die Transaktionsnummer, über die Transaktions-ID kann man ja sehen, wie der Token heißt, also die Adresse von dem Token und diese Adresse von dem Token kann man da in Metamax hinzufügen, ja, und nachdem man es dann gemacht hat, kann man wieder den Token theoretisch zurück auf Binance schicken und das habe ich dann auch nicht gemacht und dazu, ne, ist dann entsprechend 0% Verlust entstanden bei dieser ganzen Transaktion, außer, ja, extrem hoher Blutdruck für eine Weile und natürlich die Transaktionsgebühr auf der XM-Blockchain, aber für einfache Token versenden ist die zumindest auch in Grenzen, hielt die sich in Grenze und, ja, das war der erste Fall. Der zweite Fall, Yieldwatch hieß das, ähm, zu dem Zeitpunkt gab es nicht wirklich viele Tools, Defi-Lama, glaube ich, gab es damals noch gar nicht oder im Extrem-Anfangsstadium und wenn man seine eigenen Position oder Pools, ja, im Auge behalten wollte, konnte man es entweder selbst mit Excel machen oder, ja, Yieldwatch war damals das erste Tool auf der Binance Smart Chain, wo man praktisch seine Pancake-Pools vor allem, aber auch von anderen Seiten wie Pancake-Bunny, Autofarm und so weiter dort verfolgen konnte und das Beste war natürlich, man konnte sehen, zu welchem Preis und zu welchen Werten man reingegangen ist, ja, und das hat mich, ähm, sehr angetragen, die Plattform, aber, ja, und das war alles aber, ich habe nicht wirklich viel überlegt, inwiefern der Token an sich einen Use Case hat, ja, und zwar, ähm, war der Token einfach nur so, man konnte den Token kaufen, ja, den Yieldwatch Token und je nachdem, wie viel Token man hatte, ja, konnte man das 20-fache von dem Token-Wert in einem, ähm, praktisch, ja, in einem Tool überwachen, ja, die Positionsgröße und ansonsten hat der Token überhaupt null Wert gewesen, ja, und dafür, wenn man heute mal überlegt, braucht man kein Token, ja, da kann man auch einfach sagen, hey, ne, ein Abo-Gebühr von 5 Dollar oder 10 Dollar pro Monat und das war's, ja, denn sonst hat der Token an der Stelle eben null Wert, ja, und, äh, wenn man das eben einmal bezahlt hat, ne, hat man eben diese Möglichkeit und deswegen ist der Token dann auch, ähm, nach und nach, ja, in den Boden gegangen, was den Wert hat, obwohl der Token, ich glaube, selbst auf Pancake war das, ähm, der, der, der Pool gewesen, wo man fast 1000% API draufgekriegt hat, hat auch nichts geholfen und die Position, die ich dort hatte, das war zum Glück nicht groß, nur so groß, wie ich eben den wirklich gebraucht habe, war aber trotzdem ca. 60% Verlust gewesen auf die Position. So, und dann kam nämlich auch der erste Rug-Pool schon, ne, ne, manche sagen, das wäre ein Rug-Pool, andere sagen, das war ein Hack-Exploit, letztendlich, ja, das Ergebnis ist dasselbe, nämlich Pancake Bunny, ja, zu dem Zeitpunkt war lustigerweise Pancake Bunny fast, ähm, auf der Überholspur gewesen vom Pancake, ich, ähm, konnte mich da noch sehr gut erinnern, zu dem Zeitpunkt hatte Pancake insgesamt, ich glaube, 8,5 Milliarden TVL und Pancake Bunny hatte, ich glaube, 7,5, ja, da war noch eine Milliarde dazwischen gewesen und die waren super, ähm, schnell mal aufsteigen gewesen, denn, ne, das, das, was heute auch viele machen, die haben praktisch die Position von Pancake genommen, den Compounded automatisch und dann noch den eigenen Token als Zusatzzugabe obendrauf gelegt, ja, und da der Pancake Bunny Token zu dem Zeitpunkt extrem in Höhe geschossen ist, ja, das war, ich glaube, 150 Dollar teilweise oder so und, ähm, ist natürlich die Rendite extrem hoch gewesen, ja, auf Pancake Bunny und da, ne, das Smart Contract an der Stelle eben nicht gut abgesichert worden ist, ja, kam eben jemand mit einem Flashloan, hat dann entsprechend diesen Pancake Bunny Token von 145 Dollar auf 1 Dollar, ne, kurzfristig runtergeholt, das hat sich dann wieder stabilisiert bei 8 bis 10 Dollar rum, aber, ne, der Verlust war eben extrem groß gewesen, zum Glück nicht für alle Pools, ja, die ich dort hatte, aber für die Hälfte der Pools, die ich dort hatte, war eben 95% Verlust auf diesen Pools gewesen, ja, das heißt, insgesamt hatte ich dort ca. 40 bis 50% Verlust gehabt, ja, auf meiner Position bei Pancake Bunny und, ne, das war sozusagen die erste Rug-Erfahrung oder Hack-Erfahrung gewesen, was ziemlich schmerzhaft war und, ja, kommen wir zum nächsten, das war kurz danach gewesen auf Autofarm, ne, ich habe nur eine weitere, ähm, Autocompounder gesucht, weil ich nicht einfach die Zeit reinstecken wollte, jeden Tag, ne, auf Pancake selbst das zu compounden und Autofarm war zu dem Zeitpunkt eine der transparentesten Plattformen, ja, und wurden auch von sehr vielen gelobt, unter anderem auch von, zum Beispiel von Rug-Doc, dass die eben sehr, sehr viele Daten anzeigen, was auf vielen anderen Plattformen fehlen, ja, das heißt, wie viel Gebühren abgezweigt werden, wie viel wieder compounden und wie oft vor allem wieder auto-compounded werden und es war alles gut und schön, aber, und das war das aber, ja, ähm, ich habe zu dem Zeitpunkt zwar noch gar keinen Discord selbst benutzt und hätte ich das benutzt, hätte ich das vielleicht mitgekriegt, denn es gab nämlich bei dem Discord, die bekannt gab, es war zumindest die Hinweise, ja, wenn man dort oft gewesen war, konnte man es verfolgen, es gab Hinweise darauf, dass die, ähm, eines der Pools, die die automatisch compounded haben, äh, ich glaube, das war bei Venus oder so, die wollten kurzer Zeit später ihren Pool umstellen, ja, die Gebührenstruktur. Vorher waren natürlich, ne, für das Wiederanlegen von den Zinsen keine Gebühr fällig gewesen und die wollten es dann über den Switch umstellen, dass eben mal jedes Mal eben Gebühren anfallen, ja, und das hat, da haben die bei Autofarm auch bekannt gegeben, aber Autofarm war da eben zu langsam und hat gar nicht drauf reagiert, ja, es wurde ein, zwei Monate vorher bekannt gegeben und dann haben die eben den Switch umgestellt, das heißt, für jeden Compounding, also die Wiederanlage von Zinsen, ja, ist eben bei der Seite, auf der Seite von Autofarm Gebühren angefallen, so, und da Autofarm aber im Hintergrund so oft wie möglich compounded hat, ja, eine mathematische ausgerechnet, ist es eben tatsächlich aus den Positionen Minus geworden, ja, statt die Zinsen, ne, weil wenn da, sag ich mal, Sub 1 Cent Zinsen angefallen ist, weil automatisch compounded worden ist, ja, und für das Compounding 15 Cent dann Gebühr anfiel, ist natürlich, ne, insgesamt ein Minus entstanden und, ja, ich bin da direkt, ich glaube, nach 7, 8 Stunden wieder raus, ja, aber trotzdem ca. 5% Minus mitgenommen, das sind aber einige dabei gewesen, die sehr, sehr viel Verlust mitgenommen haben, die später der SS reagiert haben, teilweise waren da auch Leute in den Chat unterwegs gewesen, die 7 bis 8 Bitcoin verloren haben, ja, und die haben sich so super aufgeregt gehabt, und da kann man eben auch sehen, dass ein gutes Projekt, ja, was sag ich mal, gut angedacht ist, ja, durch menschliches Versagen scheitern kann. So, das nächste, das haben vielleicht einige von euch auch miterlebt, das war Iron Finance, ja, und Mark Cuban war damals auch eines der Großen, der ist ja von Galaxy Digital, ja, der ist sozusagen damals zumindest einer der führenden Krypto, ja, Experten, in Anführungsstrichen, aber eigentlich hat er auch gar keine Ahnung von Krypto gehabt, aber der hat, ne, öffentlich auch einen extra Artikel dazu geschrieben, wie toll Iron Finance wäre, ja, man kann einfach sein Geld hineinstecken in Form von Dollar und auf die Dollar bekäme man 80 oder 90 oder 100% Rendite, ja, und, äh, das war ziemlich Hype gewesen und sehr, sehr viele YouTuber haben auch darüber Videos gemacht, ich habe auch selbst Videos darüber gemacht und, aber an der Stelle auch fehlendes Research, ja, wie diese Argo wirklich funktioniert hat und, ja, nachdem das auch, ich glaube, auf über 100 Dollar war, ist das Ganze auch komplett dann wieder runtergecrashed und Mark Cuban, glaube ich, hat auch bei da drin mehrere Millionen verloren, ja, obwohl er selbst gesagt hätte, er wäre rechtzeitig rausgekommen, ne, konnte man aber on-chain nachverfolgen, dass er tatsächlich einiges an Geld verloren hat und ich habe da teilweise ein bisschen was raus, ähm, noch ziehen können während des Crashes, ja, aber auch an der Stelle zu lange gezögert, vielleicht noch mit Hoffnung, ja, und Hoffnung sollte man generell nicht in Krypto mitnehmen und, äh, ja, circa 70% auf die Position bei Iron Finance an Minus mitgenommen. So, die nächste Kategorie spannt sich tatsächlich über mehrere Monate oder sogar fast ein halbes Jahr, ja, angefangen hat das Ganze mit diesem AXI-Hype, äh, und da bin ich tatsächlich reingegangen zu einem Zeitpunkt, wo das noch nicht auf der Höhe Punkt war, ja, das heißt, wäre ich da, so ein, zwei Monate später direkt raus, hätte ich sogar Gewinn mitgenommen, aber heute, ne, kann, braucht man gar nicht mal drüber reden. Und, ähm, Pegaxi war ein weiteres Projekt, wo ich nach eigenen, ja, sag ich mal, Einschätzung nach tatsächlich viel Research gemacht habe, wie das Ganze funktioniert und, äh, ich, ähm, hab auch sehr, sehr viel EMAs gesehen von diesem Alcori, ja, der praktisch der CEO von Pegaxi war und, äh, der war eben sehr sympathisch und hat auch sehr, sehr viele Details erklärt und auch, ähm, die Gedanken dahinter und das hat mir sehr, ähm, sehr angetan, ja, das Projekt, bin ich auch entsprechend reingegangen, äh, DFK, ähm, Defi Kingdom Crystal Vale, das sind vielleicht viele von euch drin gewesen, ne, die das gehört haben, sondern auch der Taiki hat es ja extrem gepromotet, der war, hat da super große Gewinne da mitgenommen und ich bin ziemlich spät bei Crystal Vale, bei der Expansion auf Avalanche eingestiegen, ja, ist auch ein Rohrkreppierer gewesen insgesamt. Wir haben noch ein paar kleinere Sachen wie Police und Robbers, das war auch auf Avalanche, so, so ein, ja, äh, braucht man gar nicht drüber reden. Sunflower Farm war so ein, ja, geht schon fast in die Richtung, ja, ähm, Pixel-Spiel, was Spaß machen könnte, ja, aber ich hab das vielleicht auch nur zwei, drei Tage probiert und das war dann zu repetitiv gewesen, wie immer wiederholen, das Gleiche machen, war auch kein Spaß dabei und, ähm, ja, und dann noch die ganzen PFPs, da müssen wir gar nicht drüber reden, da hab ich, keine Ahnung, Katzen, Hunde, Maulwürfe, was weiß ich, alles mögliche gekauft, ja, es sind mittlerweile alle, also sowohl die ganzen Spiele als auch die ganzen, äh, PFPs, irgendwo bei minus 90% bis 99,99%, ja, also eigentlich minus 100%, weil man diese ganzen PFPs eben nicht verkaufen kann, ja, es ist niemand da, dem man, äh, dem man das abverkaufen kann, das ist das Problem bei NFTs, ja, und, äh, daraus gelernt, ne, diese ganzen Hype und, äh, sowas sollte man definitiv nicht hinein, hinterherlaufen und vor allem bei alles, was Gaming angeht, ja, kann man sich angucken, ja, wenn man sieht, ey, das könnte was Gutes sein, ausprobieren vielleicht, aber nicht investieren, ja, denn diese Spiele, ja, ich hab auch schon Artikel dazu geschrieben, ist meiner Meinung nach noch bei weitem nicht an der Stelle angekommen, wo sie sein sollten, nämlich das Spiele, auch wenn man, ne, nicht davon weiß, dass der NFT dahinter stecken oder, ja, irgendwelche Architekturen vor allem Spaß machen müssen, ja, Spiele, die keinen Spaß machen, ja, das heißt, da brauchen die auch nicht diesen zusätzlichen Aspekt des, äh, finanziellen Gewinns hinzupacken, weil, ne, da werden die auch keinen Spaß machen, ja, und, ähm, ja, kommen wir zum nächsten, Rebacer, Rebacer ist praktisch, ähm, so mit Olympus losgetreten, auch letztes Jahr, Mitte letztes Jahr losgegangen und, äh, war auch teilweise sehr, sehr gehypt gewesen, nach dem Motto, ja, wir, äh, wir erschaffen hier die, die Basis Layer für die komplette DeFi Welt, ja, indem wir praktisch ein, ähm, ähm, ja, Basis Währung in dem Sinne, ne, was kein Stable Coins, aber ist aber so stark verbreitet worden ist, dass in jedem Protokoll, ne, der Token vorkommt und in jedem Pool, ja, das war die ursprüngliche Idee gewesen und deswegen Rebacer, Rebacer heißt einfach, dass mehrmals am Tag, ja, dass, ähm, der Token rebased wird, also wieder verzinst wird, dass in dem, ne, durch diesen exponentiellen Anstieg, wenn man eben dreimal am Tag zu einem Rebacer, ja, hat man in, ja, im Jahr so eine extreme Kurve, ja, dass es eben, ja, super schnell ansteigt, obwohl die Zinsen an sich relativ gering ist, ja, wenn man also lange genug drin bleibt, ja, wäre dann die Zinsen so groß, dass man praktisch, ja, auch so eine Handvoll Münzen ein paar Lambos vor die Tür stellen kann, das ist teilweise tatsächlich so verkauft worden, auch bei Wonderland selbst, ich war sowohl bei Olympus drin gewesen, nicht mit großer Summe, aber bei Wonderland tatsächlich mit einer fünffach so großen Summe wie bei Olympus, ja, und, äh, Tomp geht in die Richtung Pseudo Pega, das heißt, an der Stelle, ja, sind es Projekte, nicht nur Tomp, ja, da gibt's noch Tomp 2, Tomp 3 und auch sehr, sehr viele Forks, die genau das gleiche gemacht haben, nämlich, dass sie sich nicht an ein Stable Coin pecken, sondern an den Ökosystem Coin, ja, wie an der Stelle, ne, an den Avalanche AVAX Coin oder an Phantom FTM Coin, ja, nach dem Motto, ja, ne, das Ökosystem Coin ist nicht liquide genug, wir erschaffen hier eine Kopie davon, ja, um mehr Liquidität zu erzeugen, das macht an der Stelle, wenn man das wirklich mal überlegt, nicht viel Sinn, ja, weil der Token an sich, ne, das ist ja viel, viel sekundärer, was die Stärke angeht im Vergleich zu dem Ökosystem Coin und der Ökosystem Coin, ja, der wird überall schon benutzt, ja, das heißt, der ist von der Liquidität her eigentlich viel, viel höher, ja, als so ein, so ein, äh, sag ich mal Pseudo Pega, ja, egal wie schnell dieser Pseudo Pega sich verbreiten würde, ja, denn dieser Ökosystem Coin, die sind ja theoretisch in jedem Wallet, der, ne, auf diesem Ökosystem unterwegs ist, als User schon drin, ja, im Vergleich zu so einem Coin und die sind letztendlich auch alle abgestürzt, ich bin bei Olympus und Wonderland nicht früh genug, leider, ja, rausgegangen, aber immerhin nur, ja, in Anführungsstrich 20 bis 40 Prozent mitgenommen bei den Positionen, also ein Verlust mitgenommen, nicht ein Gewinn und bei TUM, glaube ich, war das so bei minus 10 Prozent etwa, ja, ich bin zum Glück nicht bei TUM 2 und 3 reingegangen und, ja, kommen wir zum nächsten, Uniswap V3, das war Ende letztes Jahr, habe ich damit angefangen, diese konzentrierte Liquidität Geschichte, habe ich sehr, sehr viel rumgespielt damit, ja, und mit den Positionen, sowohl mit volatilen Paaren, als auch mit Stablecoin Paaren, um einfach da drin Erfahrung zu sammeln und das ist bis heute das einzige Projekt, was mich am meisten gefesselt hat und wo ich immer noch selbst sehr, sehr davon überzeugt bin, dass das die Zukunft ist, ja, dieser konzentrierte Liquidität, vielleicht nicht exakt eins zu eins in dieser Form, ja, aber als Basis, ja, für zukünftige Entwicklung, denn dieser Konzentration von Liquidität schafft eben eine unglaubliche Liquidität Möglichkeit, ja, für alle, die mit diesen Dechseln arbeiten können und übertrumpft bei weitem traditionellen Modelle und, aber, und das ist eben meine Erfahrung danach gewesen, ne, nach zwei, drei Monaten Testen, man sollte bei diesen Dingern niemals diesen, ähm, hohen API hinterher chasen, ja, hinterher jagen, nämlich, ne, die Grenzen zu eng setzen, ja, dann sieht es auf dem Papier zwar gut aus, ja, dass man teilweise 100% an, ähm, praktisch Rendite bekäme, ja, selbst im Pool wie mit Bitcoin gegen Ethereum, aber, ja, und das ist das Aber, man fliegt so schnell raus aus dem Range, ja, und das sieht vielleicht nicht nach viel aus, was man an Verlust hat, ja, in dem man einfach hat es einmal wieder zurückwechselt, umpositioniert, aber auf Dauer ist es eben sehr viel, ja, denn man muss natürlich den Zeitraum hineinrechnen, das heißt, wenn ich nach einem Tag, ja, oder sogar mehrmals am Tag meine Position neu aufbaue, ja, habe ich vielleicht jedes Mal nur einen halben Prozent Verlust, ja, den ich mitnehme durch den Imperment Loss, ne, sieht dann vielleicht nicht groß aus, ja, aber rechnet mal hoch, ja, halben Prozent pro Tag, ja, das wäre 180% im Jahr, ein Minus, ja, Minus 180% APR, ne, und da, da kommt man niemals hin mit den Renditen, die man erwirtschaften könnte, mit den Zinsen, und das ist eben das größte Problem bei solchen konzentrieren Liquidität, und da praktisch die Balance zu finden, ja, zwischen zu oft oder zu selten umpositioniert und zu hohe oder zu niedrige Rendite, das ist halt, ne, dieser, dieser Kunstwerk bei, bei Uniswap V3 und bei sämtlichen Projekten, die mit konzentrieren Liquidität arbeiten. Insgesamt habe ich in der Zeit, ich glaube, knapp 100 Positionen her und her, äh, gespielt, gewechselt und insgesamt, ja, Pi mal Daumen, nur um die knapp 10% an Verlust gefahren in der Zeit, aber auch dadurch sehr viel Erfahrung gesammelt. So, kommen wir zum nächsten. Solidly kennt der ein oder andere, das war das erste Projekt, wo ich einen, äh, tatsächlich Deep Dive in die Dokumentation und auch, ne, entsprechende, ähm, Aufklärung darüber gemacht habe, in, äh, in mehreren Extrasendungen. Das sah oberflächlich sehr gut aus, ja, die Idee dahinter war, ne, sowas ähnliches wie Olympus zu nehmen, ja, das Problem bei Olympus ist natürlich diese extrem hohe, ähm, Rebasing, also praktisch Emission, Emission bedeutet immer Inflation, ja, über eine zeit, zeitlich fallende, äh, Kurve, ähm, auszugleichen, ja, das ist eben nicht dauerhaft so stark Rebase, also besser als normale Rebase, aber zusätzlich mit diesem, ähm, ähm, System, also Vote-Escroll-System, ähm, wie von Curve Convex, ja, Curve Wars zu arbeiten, nämlich, dass die Leute an der Stelle, ne, ne, den Token, den Solid-Token locken können, ja, und dadurch eben voten können in die Pools und, äh, das soll an der Stelle, ne, ein Mechanismus erschaffen, was sowohl gut für die Leute sind, ja, die diese Plattform benutzen, als auch für die Liquidität-Provider, die sozusagen in die richtigen Pools providen können. Und das Gesamte, ne, nämlich von vornherein die Token verteilt, also die großen NFT, das war auf 20 Ökosystem, ähm, Projekte verteilt gewesen, nach dem Motto, hey, wir spannen alle Projekte mit ein, ja, das hat auch, ne, als eines der Projekte zum ersten Mal direkt beim Launch zwei Milliarden an TVL gehabt, ja, weil, ne, natürlich auch der Hype um André Conje, damals war das, und, ähm, der NFT-Lock soll eben verhindern, dass die Leute überhaupt den Token auf den Markt dumpen können, ja, und da sieht man schon typischerweise auch, dass der Markt immer einen Weg findet, ja, denn da hat, da kam dann zum Beispiel Solid6 da drum, ja, und hat einfach den Token, einfach, ne, einen eigenen Token dazu gegeben, den man 1 zu 1 wechseln konnte, gegen den NFT und damit sozusagen einen liquiden Markt geschaffen, und, äh, lustigerweise, ich hab da zwar insgesamt, ne, circa 50% verloren, aber mit einer Position hab ich damals auch ein Video dazu extra gemacht, da hab ich 200% Gewinn gemacht, und zwar konnte ich den NFT, der praktisch im Wert von circa 10 Dollar war, auf diesen NFT-Markt, ja, in dem, äh, wo war das, Average, glaub ich, ähm, Ökosystem, äh, ne, auf Phantom, äh, Ökosystem für das, äh, Zehnfache des Preises, also über 100 Dollar verkaufen, ich fand das so lustig damals, dass jemand überhaupt den NFT im Wert von 10 Dollar so teuer abgekauft hat, ja, und, ähm, ja, das war Solidly, nächstes Beanstalk, Beanstalk war aus meiner Sicht tatsächlich, ne, das, das ist eben der Punkt, man weiß nicht, ja, was da wirklich im Hintergrund passiert, man sieht nur das Ergebnis, äh, es war ein Governance-Attack, ja, der Hacker hat eben 99% von Geld, also eigentlich 100% von Geld komplett weggeräumt, und da die auch keinen VC und sowas hatten, der einspringen konnte, ja, ist praktisch, ne, auch bei mir die komplette Position zu Null gegangen, so, ähm, aber das Projekt, beziehungsweise das Projektblatt habe ich damals auch, äh, das ist sehr viel Mathematik gewesen, ja, habe ich sehr viel Zeit gebraucht, um zu verstehen, wie das wirklich funktioniert, war aus meiner Sicht tatsächlich ein Projekt gewesen, wo, wo ich sagen würde, vielleicht tatsächlich, wenn man es anders aufspannt, ja, oder anders aufgespannt hätte, vielleicht funktionieren können, ja, denn diese Idee dahinter ist so ähnlich wie in der Realwelt auf Schulden basiert, ein Stablecoin herauszugeben, ja, und da diese Schulden mit einer Warteschlange abgearbeitet wird, und, und nicht sofort alles, ja, äh, verhindert es eben, äh, sowohl das Dumping, als auch da die Wale, ja, die plötzlich, sag ich mal, mit großem Geld rein wollten, ja, die konnten gar nicht mit großem Geld rein, das heißt, man hat einen, eher, ne, organisch wachsenden, oder teilweise, äh, auch abnehmenden Markt, ja, der sich selbst reguliert, und, äh, ja, hat aber, wie gesagt, ne, durch diesen, äh, Governance-Attack auch nicht hingehauen. Kommen wir zum nächsten, ja, das, äh, ich glaube, kennen die meisten, oder fast alle, ja, mittlerweile ist jetzt etwas mehr als ein halbes Jahr her, Terra Luna, ja, Mitte Mai, ich glaube, 12., 14. Mai, sowas um den Dreh, ja, es ist gecrashed, davor war das aber, äh, das Hype-Projekt gewesen, ja, äh, sehr, sehr schnell aufgestiegen, ich glaube, letztes Jahr, also innerhalb von sieben, acht Monaten von weniger als eine Milliarde auf, äh, über zehn Milliarden, ja, Ökosystem, vor allem, da waren auch sehr, sehr viele Projekte in dem Ökosystem gewesen, wo ich selbst noch nicht mal drin war, ja, angefangen hat es gerade mal mit zwei, ja, einmal dieses Anchor und einmal Miro, ja, das waren die einzigen zwei DeFi-Projekte auf der Chain gewesen, und die zwei haben tatsächlich Milliarden schon angelockt, ja, und dann kamen natürlich die ganzen innovativen Sachen, die zusätzlichen dazu, Prism und wie die alle heißen, ja, ganz vieles, und, ähm, da natürlich alles auf diesen zwei Token, Luna und UST, fokussiert war, ja, aber es waren da drauf aufgebaut haben, und da diese beiden dann abgestürzt sind, ist praktisch das gesamte, ja, Kartenhaus tatsächlich zusammengebrochen, obwohl natürlich diese, ne, innovativen Ideen erhalten worden sind, ja, die sind mittlerweile auf anderen Chainen auch gelauncht, ist natürlich das ganze Ökosystem, ähm, ja, gecrasht. Ich habe leider an der Stelle, ich habe tatsächlich zwei oder einen Monat vorher schon angefangen, meine Position zu reduzieren, weil ich auch selbst gesehen habe, ja, die Position ist viel zu groß geworden in meinem Portfolio, aber leider nicht, ne, äh, sag ich mal, ähm, ja, effektiv genug oder, ne, ähm, so wie geplant stark reingegangen, weil natürlich auch die Gier wieder eine Rolle gespielt hat, und auch während des Crashes, ja, habe ich nicht alles auskassiert, wo ich hätte können, ja, denn, ähm, an dem ersten Abend, wo es gecrasht ist, ich glaube, auf 92 Cent oder so, habe ich, äh, ich glaube, 40 Prozent meiner Gesamtposition dort aufgelöst und tatsächlich, ne, ähm, 92 Cent auf einen Dollar rausgekriegt, hätte ich alles gemacht, ja, auf meine Gesamtposition wäre ich natürlich, ne, viel besser weg gewesen und aber, ja, auch an der Stelle viel zu viel Hoffnung drin gehabt und insgesamt ca. 50 Prozent verloren auf mein gesamtes, ja, äh, praktisch an, auf meine Anlage in dem Ökosystem. So, teures Lehrgeld der letzten zwei Jahren, ja, und, ähm, nämlich, das ist das allererste oder größte, was ich mir immer, selbst auch immer vor Kopf halten muss, nämlich nicht irgendwelche Persönlichkeiten, aber bekannten, Influencer, große Kanäle oder Narrative, ja, Narrative sind zum Beispiel, ey, das ist das nächste Top-Projekt, ja, das löst diese, diese, diese Probleme und so. Ob das wirklich so ist, ja, wird sich hin und her herausstellen mit der Zeit, ja, dann brauchte man nicht einfach hineinzuinvestieren, indem man was Schönes gehört hat, etwas, was irgendein Problem löst, ja, oder lösen könnte, ja, oder lösen wird, ja, da drauf zu investieren, das ist nix, ja, in der, in der Krypto, denn alles ist eigentlich transparent und das ist das Gute, ja, in der Krypto, wenn das wirklich irgendein Problem löst, ja, dann soll das machen, ja, und dann kann man sich das angucken, das ist wie bei GMX, ja, habe ich auch am Anfang gewartet, habe ich mir angeguckt, hm, naja, sieht gut aus, ne, bin ich reingegangen, sechs Monate wieder raus, Gewinn mitgenommen, fertig, ja. Man könnte zwar, ne, auch an der Stelle sagen, und das ist ja der letzte Punkt hier, ja, ne, wäre man länger drin geblieben, hätte man noch mehr Gewinn mitgenommen oder dies und das, aber, ja, was man mitgenommen hat, hat man erstens mitgenommen und zweitens, ne, da kommt man nicht in Versuchung, ja, zu sagen, hey, ja, bleibe ich vielleicht doch noch ein bisschen länger drin, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr geht immer, ja, und aber, was man sich schon gesichert hat, das hat man auf der Hand, ja, und das braucht man nicht drüber noch, ähm, sag ich mal, ja, Gedanken zu machen. Und wichtig, natürlich auch selbst Research betreiben, ja, das heißt, ne, auch wenn ihr bei mir auf dem Sender etwas seht, ja, ich sag's schon, bei ganz vielen Projekten, die ich untersuche, am Ende, das ist kein Projekt, wo ich jetzt reingehen würde, ja, und, äh, wenn ihr sowas hört, vor allem, ne, von mir, ja, dann solltet ihr definitiv euch selbst diese Sachen angucken, ob das zu euch passt, ja, oder, ne, inwiefern, was dahinter steckt, ob da Risiken dabei sind, die ihr für euch, ja, äh, abschätzen könnt, und wenn nicht, ne, lieber einen, den nächsten Zug warten, ja, und das ist, ne, auch diese, es gibt nichts, was man verpasst, ja, in der DeFi-Welt, ne, man könnte zum Beispiel sagen, ja, ich, ich hab Velo verpasst, ich hab dies verpasst, ich hab das verpasst, Airdrop, ja, aber man kann auch genauso sagen, ne, ich hab, ne, ne, dadurch, dass ich die Sachen verpasst hab, hab ich auch die Rucks und, ne, die Hacks und Exploits, ja, die alles verpasst ist, auch alle vermieden, ja, und, äh, lieber, ne, sich sicher sein, wo man reingeht, ja, und vor allem in einem Bärenmarkt aufpassen, ja, 100% Rendite gibt es einfach nicht, ja, das gibt es einfach nicht, und das ist auch der nächste Punkt, ne, immer fragen, woher kommen die Rendite, ja, die man dort angeblich kriegt, ne, diese Zahlen, die euch angezeigt werden, da können die auch einfach irgendwas da hinstreiben, ja, man braucht nur Webprogrammierung können, man muss ja nicht mal Krypto wissen, ja, dann kann man irgendwas hinstellen, wer guckt sich wirklich im Hintergrund an, was da passiert, ja, aber die meisten, und das ist eben das Problem, ja, die meisten Leute gehen da rein, weil da, ne, 100% oder 80% an Rendite angezeigt werden, und dann geht es, ne, los mit den Träumen im Kopf, ja, oh, ja, gut, kann ich mein Geld verdoppeln, ja, ein Jahr, ne, ups, ja, dieser Spruch, ja, immer ein Hintergrund, wenn ihr nicht versteht, ja, woher die Rendite kommt, dann seid ihr selbst die Rendite, ja, als praktisch eure Anlage, und, äh, da muss man sich einfach zweimal überlegen, ob man dort hineingehen will, oder nicht. Ja, und das war's auch schon, äh, ziemlich lange Folge, leider, ja, für die letzten zwei Jahre als Erinnerung, für mich selbst, und auch vielleicht, ne, als Hinweis für euch, als Tipp, oder als Lehre, und das war's auch von mir aus dem Krypto Café, bis zum nächsten Mal, mein Amstie, ciao, ciao.